Ich muss mich jetzt erstmal konzentrieren hier. Ich freue mich, dass heute hier so viele Leute da sind und ich glaube, dass fast der ganze Ort Mörz auch da ist. Wir haben ja nicht so viele Einwohner, aber es sieht fast so aus. Musik 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 Don't you love to take a use of time? Do not burn the work down Don't you love to take a use of time? Do not burn the work down